Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er bleibt, wir fangen schon mal an, sonst wird es gar nichts mehr heute. Also, und die Kamera läuft. Herzlich willkommen aus Großumstadt, der weiten Insel im Odenwald, heute genauer gesagt aus Kleinumstadt. Ich bin Hailey von die Hessen. Wo ist denn das jetzt mit dem Haus auf Darts und wo ist denn der heilig schwand doch die ganze S... Oh mein Gott. Geli-Cruid! Ist Geli-Cruid! Was denn los? Mach die Tür zu! Wo? 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 Wo bist du? Schulde, nicht Haus auf der Arzt. Wir wollten heute einen großen Umstand der Weibersche filmen, Mensch. Scheiße, ey. Ja, ich krieg's hier. Kein Thema aller. Seht zu, dass du dabei kommst. Vielleicht bist du wenigstens am Ende noch dabei und sonst machst du halt alle. Ja, ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei den neuesten Hesse-Clips. Bis gleich. Scheiße, ey. Jetzt spinn das scheiß Navi auch noch. Gar kein Platz mehr, wo ich spinn. Scheiße, ey. Warte mal. Hey, Heiligrude. Ah, gute Schulde. Schön, dass du dran gehst. Warte mal, du kennst dich doch im Odowald ein bisschen aus. Bisschen kennst du dich aus, ja. Ich hab mich total verfahren und mein Navi spinnt. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Im Odowald? Ist da ein Ortsschild irgendwas? Ja, da ist eins. Und? Was steht denn da? Äh, frische Kartoffeln, hundert Meter rechts. Ah, du bist doch, du bist ein Idiot, ey. Da musst du mich anders halten. Ja, ihr zwei. Hesse. Ich bin Südhesse. Der einzig wahre Hesse. Äh, ihr seid mehr Südhesse wie wir, wo hinter der Windräder die Grenze ist. Na, ihr zwei nasse Zündplätsche. Rüsselt in diesem Kreis Groß-Gerau. Kreis Groß-Gerau ist der südlichste Kreis. Dann kommt auch das andere Bundesland. Gleich hinterm Erdbeerfeld, Spargelfeld. Hier ist der Witz, Achtung. Sitzen zwar wie wir am Ufer total vollgefressen, weil eben gab's grad Steak. Papa, sag mal, wo ist das Ding zum Kartoffelschälen? Äh, keine Ahnung. Ich glaub, die ist Einkaufen. Ja, und das ist glaub ich schön, Fratz, die geballert, wo alle man zusammen hat. Da kriegst du mal selbst, wie das ausgeht. Ja, der hat ja vollkommen recht, Gott. Aber du warst immer auf, der Michael aus dem Bürohof, ey. Ja. Der erzählt rum überall, ey, ich bin schwul. Dass du schwul bist, der Michael? Den würd ich aufs Maul hauen. Ich weiß auch nicht, der ist auch so süß. Was? Ja, meine Lieben, das war's schon wieder. Die Schule ist leider heute nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe, ich hatte trotzdem viel, viel Spaß. Wir machen's heute ein bisschen kürzer, da ich schon allein bin. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke, damit ihr immer mitkriegt, wenn's was Neues gibt. Und bleibt uns treu. Wir sehen uns. Bis denn.